Zürcher Rapperin Suki Shaik? In Nordafrika provozierte sie Millionen Männer. Hier ist sie unbekannt, ihr Tanzstil, ihre Texte machten die 31-jährige Richterswilerin in Marokko und Tunesien zum Hassobjekt, zum Star. Nun will Suki Shaik die Schweiz erobern. Tim wird, wenn ich in Richterswil alt werden will, muss ich Musik machen, die hier verstanden wird, sagt Suki Shaik im Hotel Schweizerhof in Zürich. Boris Müller, schämen sie sich. Sie sind ein Araber. Du bist billig. Wir zerstören deine Familie. Suki Shaik erhielt solche Drohungen, als sie vor vier Jahren das Musikvideo zu ihrem Song, No No, veröffentlichte. Sie band ihr gelbes Hemd bis ans Brustbein. Sie schüttelt ihren Hintern, Twerks, und sie rappt auf Arabisch, dass es ihr egal ist, was die Männer ihr sagen.